Grüß euch, bei mir ist jetzt der Riccardo. Servus Riccardo. Hallo. Riccardo, wir suchen jetzt deine Traumfrau. Schon wieder. Probieren wir. Finde ich gut. Okay, dazu würde ich gerne erst einmal was von dir wissen. Erzeihst was. Ja, was möchtest du denn wissen? Alles was du verzeihen willst. Also ich bin reisende Handwerksgeselle, ich gehe bald nach Hause und ich bin Steinmetz. Ich komme aus Thüringen ursprünglich und bin jetzt über zwei Jahre unterwegs, zweieinhalb fast. Und ja, mache nur noch das, worauf ich Bock habe. Okay. Aber du hast gesagt, du gehst jetzt dann heim? Ja, nächstes Jahr. Immer Mai. Okay. Wie würdest du dich charakterlich beschreiben? Ich mich charakterlich beschreiben? Ich bin witzig. Ein cooler Typ. Wie würd ich mich denn noch beschreiben? Weiß ich nicht. Trinkfest? Aber ich glaube, das muss man auch sein in deinem Beruf. Auf jeden Fall. Also als Handwerker schon. Weil man kriegt immer zuerst ein Bier hingestellt und einen Korn oder einen Schnaps, bevor man was zu essen kriegt. Okay. Weil man geht immer davon aus, dass Handwerker am Trinken sind. Dieses Lasse werden wir die nächsten 100 Jahre nicht mehr los, glaube ich. Ich glaube, das willst du ja nicht los werden, oder? Ach, das Bier schmeckt schon. Okay. Auch schön, also es passt. Wie stehst du dir deine Traumfrau vor? Wie ich meine, eine Traumfrau mir vorstellen? Eigentlich vollkommen egal. Natürlich gibt es für jeden Mann oder jede Frau natürlich gewisse Vorzüge, die man eigentlich lieber berücksichtigt. Aber ja, es muss einfach passen. Und dann läuft das. Okay. Das heißt, du bist eigentlich da offen? Ich bin da sehr offen. Eigentlich bin ich auch schon verliebt. Aber ich sitze halt trotzdem gern bei euch auf der Couch. Alles klar. Ja, vielleicht findet man ja trotzdem wen für dich. Vielleicht findet man da noch jemanden. Ist nicht schlimm halt. Okay. Gibt es irgendwas, wo du sagst, es ist da die nette Backe an der Frau? Was das ist? Nochmal. Irgendeine Charaktereigenschaft, die du an der Frau nicht haben kannst? Eigentlich nicht. Ich krieg sie alle, wenn ich möchte. Das hast du jetzt zugesagt. Sorry. Okay. Alles klar. Das war jetzt der Ricardo. Wenn du ihn hier kennenlernen willst, dann meldet ihr euch bei ihm. Für dich.